Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir schauen uns mal wieder eine neue Smartwatch an und zwar in dem Fall die Huawei Watch GT3 Pro. Der eine oder andere wird sich daran erinnern, wir haben die GT3 ja schon mal hier gehabt, jetzt auch die GT3 Pro, die Huawei mir kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Sprich kein Geld für mich und volle Transparenz für euch, denn es gab keine Einschränkung für diese Leihgabe. Und wir legen wie immer los mit einem Blick auf die Verpackung, wobei ich es abkürzen kann, da ist nicht viel zu sehen. Nur auf der Rückseite findet ihr die Modellbezeichnung und auch die Farbe bzw. das Material aus dem unsere Uhr hier gefasst ist, denn die ist aus Keramik mit den Gold Einlässen und zwar sowohl das Gehäuse aus Keramik als auch das Armband. Das ist die aktuell teuerste Version, die verfügbar ist. 599 Euro müsst ihr für diese Variante der Watch GT3 Pro auf den Tisch legen. Und damit kommen wir auch schon zum Unboxing und wir packen dieses gute Stück jetzt einmal aus. Ich muss da ja, ich habe irgendwie ein bisschen Respekt davor. Das ist nämlich tatsächlich die teuerste Smartwatch, die ich bisher hier hatte. 599 Euro ist schon nicht ganz günstig, aber gut, das Gehäuse komplett aus Keramik und auch das Armband, das kostet natürlich 2-3 Euro. Und hier seht ihr das gute Stück, tun wir aber jetzt erstmal beiseite und gucken mal, was hier noch mit drin ist in dem Karton. Denn was wir natürlich noch vermissen ist ein Ladekabel und was haben wir hier noch? Ah, okay, das ist um das Armband zu erweitern, sowohl scheinbar ein kleines Werkzeug als auch nochmal Ersatzglieder für das Armband. Das sieht mir sehr nach einem Ladepad aus und dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Okay, die Bedienungsanleitung oder was wir auch immer da gleich rausholen werden, ist nicht unbedingt dazu gedacht, dass man sie rausnimmt offensichtlich. Aber gut, im Zweifel braucht man die ja auch gar nicht unbedingt. Schauen wir mal rein. Genau, hier ist nochmal so ein QR-Code, um das Ganze dann nachher auch koppeln zu können. Garantiekarte und die Kurzanleitung. Ich hoffe mal, und das war in der Vergangenheit ja auch immer so, die brauchen wir nicht. Ist hier noch was drin? Nein, das sollte es gewesen sein. Und damit würde ich sagen, wir gucken uns im nächsten Schritt einmal die einzelnen Bestandteile dann auch nochmal im Detail an. Wir legen los mit dem Ladekabel, wobei da vermutlich nichts Überraschendes bei ist. Das ist oder sieht zumindest so aus wie das Standardkabel von Huawei. Hier legt ihr einfach nur die Uhr drauf und habt dann hier entsprechend den Anschluss, um euer Netzteil damit zu verbinden. Das ist jetzt unspektakulär. Hier wird es schon ein bisschen spannender, denn hier habt ihr noch ein paar Ersatzglieder für das Armband. Und ich nehme es mal vorweg. Ich bekomme das Armband so in der Größe nicht zu um meinen Arm und brauche im Zweifel also dieses kleine Werkzeug hier, um damit zusätzliche Glieder auf die Uhr zu bringen bzw. an die Uhr zu bringen. Und hier seht ihr auch nochmal, das ist so ein kleiner Schraubmechanismus, den man da öffnen muss. Deswegen braucht ihr da auch dieses kleine Werkzeug. Und jetzt gucken wir uns aber mal die Uhr im Detail an. Ich mache mal diesen Schutz hier raus. Also das ist die teuerste Huawei Watch GT3 Pro, die ihr kaufen könnt. Keine drehbare Lünette, aber an der Seite die Krone und noch einen zusätzlichen Knopf. Ansonsten habt ihr hier unten die Öffnung und ich zeige es euch jetzt nochmal, was ich gerade schon sagte. Also für meinen Armumfang bzw. Handgelenksumfang ist das Ganze nicht geeignet. Zumindest nicht ohne noch ein paar zusätzliche Glieder einzusetzen. Aber ich muss tatsächlich sagen, mit den zusätzlichen Gliedern würde die Uhr tatsächlich bei mir passen. Und mein Handgelenk ist nicht ganz so dünn. Also insofern nicht unbedingt nur für das weibliche Handgelenk geeignet, sondern durchaus auch, wenn einem die Farbe oder bzw. diese Kombination aus Gold und Keramik gefällt, durchaus auch für den männlichen Unterarm geeignet. Das Ganze fühlt sich auch wirklich gut an. Also von der Verarbeitungsqualität ist das wirklich, ich würde mal sagen, immens gut. Da gibt es auch nichts, was übersteht oder sowas. Das ist alles wirklich sehr gut hier zusammengepasst. Auch mit der Krone und so weiter. Also das gefällt mir auf den ersten Blick optisch zumindest schon mal sehr gut. Aber gut, Optik ist nicht alles, deswegen richten wir die Uhr jetzt natürlich auch noch ein. So, dann richten wir das Ganze auch ein und brauchen dazu natürlich unser Smartphone als auch die Watch GT3 Pro. Hier müssen wir uns zunächst mal unsere Sprache raussuchen. Da sind einige Sprachen mit drauf, deswegen guckt, wo Deutsch ist. Im Zweifel ist das ja immer nach Alphabet sortiert, deswegen müssten wir es ein bisschen weiter oben finden. Genau, so, da haben wir schon Deutsch. Und hier zeigt euch die Uhr jetzt auch, ihr mögt jetzt bitte aus der App Gallery die Huawei Health App herunterladen. Falls ihr das noch nicht getan habt, müsst ihr das jetzt dann entsprechend tun. Ich habe das bei mir hier schon getan, beziehungsweise aus meinen alten Installationen ja noch die App-Installation vorhanden. Deswegen gehen wir hier einmal drauf. Das ist dann die entsprechende Einrichtungs-App und hier seht ihr meine alten Uhren noch oder beziehungsweise die alten Uhren, die ich getestet habe. Und jetzt gucken wir uns gleich mal an, wie wir die Uhr hinzufügen. Einfach hier mal auf hinzufügen gehen und dann seht ihr, dass hier die Uhr auch schon gefunden wird. Und dann relativ easy einfach auf verknüpfen drücken und dann seht ihr hier, dass bisher noch meine GT Runner verbunden war. Das wird jetzt aufgehoben, deswegen verbinden wir jetzt einmal die Watch GT 3 Pro. Und das müsst ihr hier sowohl auf der Uhr einmal durch dieses Häkchen bestätigen, als auch auf eurem Smartphone durchkoppeln. Und im Optimalfall verbinden sich beide Geräte dann relativ unkompliziert miteinander. Und hier habt ihr gesehen, das hat jetzt wirklich keine 50 Sekunden, also keine 30 Sekunden gedauert, sondern ging wirklich super, super schnell. Ansonsten müsst ihr hier noch zwei, drei Häkchen setzen, also die Aktualisierung herunterladen über WLAN, würde ich euch immer empfehlen. Die Nichtnutzung oder die aktive Installation bei Nichtnutzung müsst ihr selber entscheiden. Ich bin immer ein Freund von, ich warte lieber erstmal ab und gucke, was passiert, wenn eine neue Version rauskommt. Aber das muss jeder für sich letzten Endes selber entscheiden. Ansonsten möchte die App jetzt hier noch von euch, dass ihr euer Telefon entsprechend konfiguriert, damit die App auch immer durchgängig läuft und damit die Verbindung bzw. Schrittzähler und so weiter und so fort in der Synchronisation zwischen Uhr und Health App funktionieren. Da wird euch auch nochmal angezeigt, wie das Ganze in eurem spezifischen Fall funktioniert. Wenn ihr zum Beispiel ein Samsung Smartphone habt, wird euch sehr genau auch nochmal gesagt, was ihr tun müsst. Ich mache das jetzt hier mal nicht, weil A, habe ich das schon gemacht und B, ist das für mich jetzt auch nicht so super relevant. Hier noch der kleine Hinweis, wie ihr die Uhr zu tragen habt, damit sie korrekt erfasst. Das ist so ein kleines bisschen Abstand von eurem Handgelenk und damit sind wir eigentlich auch schon durch. Ihr seht jetzt hier, die Uhr ist verbunden. Wir können jetzt im Prinzip loslegen mit der Einrichtung und so weiter und so fort. All das kann jetzt stattfinden, denn eure Uhr ist jetzt mit eurem Smartphone verbunden und somit auch mit dem Internet verbunden. Insofern könnt ihr jetzt loslegen mit der Einrichtung, aber das zeige ich euch natürlich in einem weiteren Video, was ihr da alles machen könnt. Ja, das soll es für das erste Video mal gewesen sein. So ein allererster Eindruck wirklich von der Verarbeitung her sehr, sehr gut. Alles weitere gucken wir uns dann in den kommenden Videos an. Im nächsten Video, wie gerade eben schon erwähnt, zeige ich euch mal den Bedienergeig, die Bedienung, was können die Apps, was könnt ihr einstellen und so weiter und so fort. Wer das nicht verpassen will, klickt gerne auf Abonnieren. Ich danke euch fürs Zusehen. Fragen gerne in die Kommentare. Alexa, Kamera aus. Okay.